Und nun die aktuellen Tagesmeldungen, liebe Zuschauer. Unter anderem kam eine Mitschale von ArcelorMittal. ArcelorMittal ist zutiefst besorgt über die Entwicklung in der Ukraine und die möglichen Auswirkungen, die dies auf unsere Kollegen in der Ukraine hat, so eine Stellungnahme des Unternehmens. Unsere Priorität sind unsere Mitarbeitenden und wir haben Pläne entwickelt, um ihnen zu helfen und in Sicherheit zu bleiben. Was unser Werk in der Ukraine betrifft, heißt es in der Stellungnahme, so arbeitet unser Team daran, die Produktion auf ein technisches Minimum zu drosseln und die Produktion in unseren Bergwerken wird eingestellt werden. Für unser Werk in Eisenhüttenstadt, und da kommen wir in die Region, haben wir keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Produktion. Wir arbeiten momentan daran, für verschiedene Rohstofflieferungen, Kohle, Einblaskohle und Legierungen auf alternative Lieferanten und Länder zu wechseln. Ob es mittelfristig zu Einschränkungen kommen wird, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Soweit die Stellungnahme von ArcelorMittal, dem größten Stahlkonzern der Welt. Kommen wir zu einem anderen Thema. Die Friedensglocke Europas wurden geschaffen, um an menschliches Leid durch Krieg und Zerstörung zu erinnern. Aus Anlass des Angriffs auf die Ukraine und der drohenden Nutzung atomarer Waffen durch die russische Regierung wollen die Friedensglocken in einer bisher nie dagewesenen Weise zusammen hörbar machen. Am 3. März werden in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12 Uhr die Friedensglocken in den verschiedenen Ländern Europas gemeinsam läuten. An dieser internationalen Gemeinschaftsaktion beteiligt sich auch Frankfurt oder weiterhin findet um 14 Uhr an der Friedensglocke eine Schülerkundgebung statt. Die Schüler der Frankfurter Schulen wollen auch ein Zeichen setzen für Frieden und gegen Krieg. Dazu treffen sich die Schüler auf dem Schulhof und gehen dann gemeinsam zur Friedensglocke in Frankfurt. Auf Antrag der Stadt Eisenhüttenstadt und im Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg erfolgt durch die Stadtwirtschaft Eisenhüttenstadt die Umgestaltung der Kreisverkehrsfläche an der B 112 am Ortseingang in Richtung Neuzelle. Hierfür wird eine halbseitige Sperrung mit einer Ampelanlage den Verkehr für ca. eine Woche regeln. Geplant ist eine Neumodellierung der Fläche mit einer mittig gelegenen Gehölzbepflanzung, so heißt es, welche von einer Wildblumenwiese umgeben wird. Die Vorbereitung der Baumaßnahmen würde bereits am 7. März stattfinden. Die Pflegearbeiten sollen anschließend witterungsbedingt bis zum 11. März durchgeführt werden. Kommen wir zum Thema Arbeitsmarkt, denn wir haben ja mittlerweile Monatsende oder Monatsanfang, Monatsende kommen ja eigentlich immer die Zahlen des Arbeitsmarktes und wie sieht es denn in der Region aus? Und wir haben dieses Thema für Sie aufgearbeitet. Und wir haben das Thema Arbeitsmarkt.